moin moin hallo und herzlich willkommen zurück zu way up billions und ja was gibt es zu sagen die zweite aufnahme session war ja leider crap und nicht mehr brauchbar ich habe das dann leider erst gemerkt nachdem ich die dritte aufgenommen hatte ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen es ist natürlich schade weil da ein paar schöne sachen eigentlich passiert sind vor allem dass ich mich so tierisch über meinen eigenen bauer vorhaben ja aufgeregt habe nur auch so verteidigung alternativ ist hier natürlich alles sehr voll und wir haben echt fast 2000 bewohner hier in der stadt frage würde natürlich nur sagen kriegen wir es hin das weiter zu verteidigen das weiß ich auch jetzt gerade nicht war es in der ersten aufnahme session oder als war also in der zweiten oder dritten also sprich in der crap oder die idee dann gekommen ist das war die upgrade kannst du executern das weiß ich jetzt auch nicht aber na gut weiter geht's weiter geht's gucken wir mal was so sache ist und ich weiß gar nicht mehr was wo waren wir denn bei waren wir denn bei 1800 leute ja warum baue ich hier noch mehr ich weiß es nicht ach ja für gold wahrscheinlich und hier waren wir zack das kann gleich noch abgegradet werden hier scheinen wir dabei gewesen zu sein langsam aber sicher eine verteidigungslinie aufzubauen ach so jetzt ist es ja wieder mit p andere spiel wieder andere spielerei habe ich hier aus stahl ja woher alles klar zack pause okay damit haben wir die ecke schon mal so weit verteidigt wir müssen uns ja hier vorbereiten man weiß nie wann kommt die nächste welle und da ist wieder die knede alle und ich glaube das war echt der grund ich brauche dringend mehr gold deswegen hier so angefangen hatte ich jetzt hier auch schon abzugraden nahrung strom ist ein bisschen mau schauen wir mal jetzt haben wir fast gar kein strom mehr wir kriegen aber ordentlich stein und holz rein das heißt wir können uns eigentlich ein großes power plant erlauben warum das einfach mal hierhin so zack da kläfft ein hund in der entfernung gerade dafür brauchen wir energie so da 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 ich glaube die haben wir alle abgegradet sollte was so sein oh stimmt der junge hier war ja unser der titan hat ja so fast unseren arsch gerettet hier wären sie ja fast durchgebrochen beim letzten mal wir konnten es am ende noch verhindern na komm aber auch nur fest so da dann vor allem wir sind jetzt unter kunderein 20 es könnten zumindest nicht mehr einfacher werden oder taue basile energie ja energie ist das was uns fehlt soll man gleich erst mal wieder ein bisschen haben ihr wo den kompletten sind da nehmen wir gleich jemanden ja punkte verteidigung hier fehlt sie zum beispiel ganz so dann haben wir da schon mal zwei gestehen von denen und da müssen wir hier glaube ich mal gucken dass wir da warum gehst du warum geht ihr außenrum seid ihr denn das wahnsinns fette beute seid ihr doch ja weil es so schön ist ne oder was ist ja wohl nicht wahr ist ja wohl nicht wahr 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 besser als wau 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 hä warum kann ich hier nicht gucken wir mal dass wir hier halt auch schon mal dicht machen ganze gleich das große häuschen ja dass das steht zum beispiel falsch da komm lass mich mein großes haus hier bauen so mehr dorfbewohner mehr glück mehr gold vor allem mehr gold mein schatz so die ecke können wir schon mal da müssen wir mal gucken wie wir das hier dann gleich machen man könnte es theoretisch ja doch ich möchte hier irgendwie abschließen so ok da fehlt auf jeden fall noch ein türmchen um hier mal die ganze restliche ecke so halbwegs abzudecken so mach den da mal und dann fehlt uns gold schon wieder herrgott nochmal muss man schneller hier war ja auch das ganze gold aber an das wir nicht so gut dran kamen kostet mich 1200 kriegen wir das hier irgendwie irgendwie irgendwo das ding steht dann zwar mehr oder weniger in der abrisszone das soll mir aber auch egal gerade mal sein advanced farm oil ja 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 oil könnte man vielleicht noch ja ja einfach mal so ein oil drauf wenn wir es verkaufen ist es auch gut so dann machen wir hier einfach mal dicht einfach mal dicht müssen wir hier beim zweifeln noch ein tor rein machen oder wir lassen es hier einfach mal dicht es geht natürlich auch mal so da hätten wir das cancel zack da fehlt wieder ein bisschen was das heißt den da und 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 ich bin gerade etwas konzentrierter jetzt ein bisschen gold fehlt wieder ach mensch also kommen wir hier zumindest auch nochmal raus wenn es sein muss auch wenn es eher darum geht dass wir uns jetzt hier richtig einbunkern so attention building completed so dann nehmen wir erstmal hier die günstige variante und da rein und dann könnte man hier noch gut einsetzen da haben wir noch ein bisschen eisen zur not da dann ich warte jetzt einfach jeden Tag oder jede Sekunde darauf dass irgendwann ingreift so eine radar tower ich hab's noch nie gebaut. Und weil ich noch nie gebaut habe, bauen wir jetzt mal ein. Radartower vor allem. Radartower. Lookout würde ich ganz gerne hier unten haben. Dann muss ich hier einfach mal lookie out. So. Dann haben wir das wenigstens auch mal gebaut. Wir brauchen noch erstmal noch mehr Einnahmen. Da hilft ja Gore nichts. Wir sind so verdammt arm in diesem Spiel. Da müssen wir echt was gegen tun. Mit unseren fast 2000 Einwohnern. Freut mich sogar echt, dass ich das so weit schon mal geschafft habe. Ich hätte ja auch nicht... Was da in der Aufnahme verloren gegangen ist, ich hätte nicht gedacht, dass wir das überhaupt so weit überleben. Bei dem, bis den ich hier eigentlich gemacht habe zum Start. Da setz' ich mal hin, dass wir hier auf jeden Fall noch eine Ballista oder so hinstellen können. Oder halt den dicken Turm. Da können wir auch noch so ein bisschen Gold rausholen. Können wir gerade aber nicht. Was fehlt uns denn da? Energie! Das kann ja wohl nicht wahr sein. Schon wieder so viel Energie. So. Dadurch geht unsere Materialversorgung leider noch weiter in den Keller. Also müssen wir mal gucken, dass da vielleicht mal ein bisschen Stein oder so irgendwo ist. Was fehlt dir denn auch? Energie? Also wenn das Ding da drauf geht, ist relativ. Wir müssen hier eh noch da und da Verteidigung bauen. Ach du heiliges Elend. Ach du Scheiße. Okay, der Radar-Tor ist gut. Und da unten sind Ressourcen. Sieht unser Lookout. Ich glaube, wir bauen gleich noch ein paar mehr Radar. Können wir den... Den können wir auch upgraden. Sehr schön. Brauchen wir nur wieder Energie. Ja, die haben wir gleich. Ist ja vielleicht auch nicht schlecht, wenn wir uns ein bisschen mehr sehen, was unsere Freunde danach so tun. Ne, nun? Geht doch. Geht doch. Geht das. So. Und so, da sind wir ein Sniper. Okay, keine Ahnung. Bin mir nicht sicher, was ich mir da zusammen gewurschtelt habe. Oh, hier kriegen wir ja die Großen. Böcker. Ja, komm mal so ein... 1, 2... Titan hätte ich gerne noch. Die waren ja doch ganz lustig. Waren die. Das heißt, theoretisch fällt hier auch noch so ein Radar-Turm. Wo war der denn? Da war er. Ja, klopp. Dahin. Drei Iron und Haufen Gold. Gerade haben wir nicht so viel. Müssen wir auf jeden Fall auch irgendwann mal in Angriff nehmen, dass wir die alle upgraden. Ich glaube, wichtiger sind aber vorher halt die Türmchen hier. Da fangen wir auch mal mit an, die jetzt mal langsam hoch zu tun. Da, 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 da. Wie können wir noch? Zwei müssen wir doch noch. Alles klar. Und wir haben wieder einen Mighty Titan. Einen Team Titan. Wo stehen wir dich denn mal hin? Und ich glaube, da klopft es. Ja, dann wird diese Folge mal ganz klein, ein bisschen kürzer sein. Ich mache mal kurz einen Break hier. Und gleich in der nächsten Folge sehen wir uns wieder. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.